Und da sind wir in der nächsten Folge von Shards of War, und nächstes Mal zeige ich den Hellscan, den neuen, den ich bekommen habe. Jedenfalls von woher, ich weiß gerade gar nicht mehr, Stopp vom Flippeskill. Gegen Arrow. Ich weiß gerade gar nicht, welches Team da sein könnte. Von den Namen her, denke ich, ist ausgeglichen. Neue Map. Ah, keine Bock auf die neue Map. Klasse, diese... Äh, was soll ich noch machen, wenn wir dran zoomen hier? Sieht überhaupt nicht gut aus. Muss ich ehrlich sagen, sieht überhaupt nicht gut aus. Passt überhaupt nicht. Das ist Future Shock. Besser. Schöner. Easier. Schöner. Kennt ihr alle nicht bis auf Arrow? Ich kenn die alle. Bis auf... ...Ims. Ich hab auch gegen Arrow. Ich spiel hier unten. Ich hab auch gegen Arrow. Ich spiel hier unten. Unents man ja. Die sehen dich da... Die stehen, die sehen dich dort, Alter. Bist behindert? Junge, Skidosaurier. Er stellt sich hinter die Kiste. Man sieht die Kiste, was dahinter steht. Und überall rein sehen, außer in. Hä? Nebel. Dich. Fiss ich, Arrow. Da ist kein Bock drauf. So, Idiot. Man, hat der Arrow aber gedacht, er könnte uns lützen. Hat der Arrow gedacht, er könnte uns lützen? Ja, ist mir schon klar. Bist du noch gar nicht da? Ja. Da ist kein Parasite, bringt ja eh nichts. Und, flupp. Der Damage ist real, oder ne? Der Damage ist ganz real. Ist der Black Market schon gestorben? Ja. Dem, 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 dem. Aber ja, Damage. Ah, den Vortil haben wir weggebracht. Was sieht? Noob. Wow. Also genau deswegen stehe ich so weit weg von den Drohnen. Genau weiß es ja so. Ich hab die Ahnung, dass er sich tue. Und jetzt mit der Tower ist unter Attack. Oh, Damage auch. Das bringt ja aber irgendwie nicht. Ich brauche mein Item. Und ziehen ruhig zu dir ran, damit er... Ach, hässlich. Wow. Ist er unten gemacht? Richtig? Nee. Wow, slim. Na ja, das ist logisch, dass er wieder rauskommt. Ich wusste, dass er wieder rauskommt. War ja... Ne? Aber... Ich hab eigentlich gedacht, er sei der Ultimist. Wow. Kann dir da unten halt auch nicht helfen. Der Drohne ist wichtig. Genau im Keks, man. Was machen die denn da? Guck dich doch mal an. So muss ich jetzt auch mal schreien. Das ist ja echt so stupid. 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 Ich weiß wirklich schon... Dummheit gar nicht mehr... Gar nicht mehr zu sagen können. Der zur oberen ist gar keiner gelaufen. Der untere war einfach ein Schuss. Ein fucking Schuss hat gefehlt. Das ist ja so stupid. Das ist ja so stupid. Ich hab mit ihm gespielt gehabt. Was? Hat Moskito ein halbes Jahr Pause gemacht oder was? Dass er so bad ist? Er hat die meisten Erfahrungspunkte, aber das was ich hier sehe in meiner Gegenwart ist einfach so ultra bad. Ich muss noch mal schon Worte fassen. Wie gesagt, wir hätten easy beide Batterie drohen haben können. So, weg eh. Klar, die Rakete macht natürlich 600 Schaden. Knapp. Alter, zwei Level vorne, Alter. Wir sind zwei Level vorne, Alter. Wir sind zwei Level vorne. Wir sind zwei Level vorne. Warte. Warten, 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 warten. Warte, warten, warten. viel strafe was läuft der denn da unten? ich will mich an dieser von eben auch komplett außen herumlaufen was macht der denn da? wow ich überlebe das natürlich da geht ein treffen einfach obwohl du verstehst nicht teilweise echt zu hoch du hast ja mit vielen sachen hier du bist nicht in dem ding drin du bist praktisch direkt daneben trotzdem gestunnt oder? so richtig behindert oh so kurber ruhig zu stunnen weg hier trotzdem mal ein level hinten das ist krank oh der botblitzer auch gerockt ich habe versucht weg zu springen abklingzeit mitte abklingzeit zu einem bauer der tat abklingzeit okay da kommt es in die mitte tankthron da ist fighten eine gute ulti da 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 deswegen ist es noch ein mensch mit der Herausforderung mensch mit der Herausforderung eindeutig ja das macht der fachmäßiguth ähhh... das ist echt nicht schlimm werschein soll werschein soll Müsst ja ja gerade echt nicht ähm... was der lose ist Ich hab Angst Ja, der Ulti bringt mir leider 100 zu Punts Wir können die Mittler machen We're running off the Borderline Dann machen wir ein Borderline Da waren Familiens Familiens haben wir da Gut 1 sind tot Das Messer gemisst Wurde weg Wow Ja, dann machen wir mal die Green Die Messerfunk Raiudo Ja, das ist im Late Game Okay Okay, Raiudo kommt wirklich erst mit dem Early, aber trotzdem mit dem Late Game, aber das Early, das war wirklich sehr bad Muss man einfach sagen Der Sachen gemacht Das muss man nicht nachvollziehen Also ich konnte sie nicht nachvollziehen Andere wahrscheinlich schon, aber Meinen Teil nicht A Pam 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 Dann ist es sehr gut, mit dem dritten Item. Valve clean und sowas. Ah, hat er die Ulti gemisst. Hat der Herr die Ulti gemisst. Hat er mich getroffen mit einer Kugel? Doch? Einer hat Kugel getroffen? Wann der mit taucht oder? Tauer so. Okay, das war Ja, okay Du 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 Damage 300 Batterie ohne Schmelze in meiner Gegenwart Mach ich doch nicht mal Zellenbarriere mit Zellenbarriere hab ich Uts Hätte ich gar keinen Uts Uts Hätte ich hab den König gekriegt Hätte ich aber nicht jagen gerecht eigentlich Du 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 Ja Ja Aber lass doch erstmal die Wave hier rausklingen Alte Uts Lass ihn doch laufen alter Oh ne scheiß kill nicht Die Wave Wir brauchen die Minions alter Wenn wir weg Zurück laufen müssen Wollen Ob nicht wert Okay, ein bisschen που Hat er geultet Der hat einfach rausgeultet! Versteh ich nicht, oder? Weiter pushen können wir leider nicht. Du musst nicht den Nebel reinstellen. Duh duh du. Copатели intimidated. Jonas Ectorluft anstecken. H quarant noche fühlas manes, oder auf eine oberen L basket abzustellen. Du du Böb Hinterher laufen Alter Die Battery Drone Viel wichtiger Och schießt gar nichts drauf Du 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 So, wie geht es? aber bis ich bin ich der dreimal gestorben war schon dreimal zu viel auf jeden fall das war es jetzt ein skin habe ich noch ein skin habe ich noch die folge zeige dann mal schauen was ich mache ich noch nicht mehr ausmache und erwarte ich aufs update so jetzt verabschiede mich dann mit der folge und sage dann tschau bis zum nächsten mal